Verwähnen zur schmerzhaften Mutters 7. Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde des linken Fußes, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Weil Maria selbst in ein Meer von Leiden und Schmerzen versenkt wurden, weiß sie, wie weh uns unsere Leiden und Schmerzen tun. Daher fühlt sie für uns das tiefste Mitleid. Als schmerzhafte Mutter und dem Kreuz stehend, wurde sie überdies unsere Mutter. Damit ist ihr natürliches Mitleid mit unseren Leiden und Schmerzen ein mütterliches Mitleid geworden, das heißt, das Zärtlichste, das es gibt auf der ganzen Welt. Welches bedrängte und leidende Herz sollte also nicht mit festesten, kindlichem Vertrauen zum Herzen seiner schmerzhaften Mutter aufblicken und beten? Zur Erinnerung und Verehrung der sieben Schmerzen Mariens. Erster Schmerz, die Prophezeiung Simeons im Tempel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Knacken wirken deine Liebeswirken. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeswirken. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Der dritte Schmerz, der Verlust des zwölfjährigen Jesusknaben in Jerusalem. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeswirken. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein. Vierter Schmerz, die Begegnung mit ihrem kreuztragenden göttlichen Sohn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeswirken. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein. Fünfter Schmerz unter dem Kreuz. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeswirken. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein. Sechster Schmerz, als er der Leichnam Jesu in den Schoß gelegt wurde. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Schmerz. Der Gekreuzigste ist mit dir. Schmerzensreich bist du unter den Weiben und schmerzensreich ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter des Gekreuzigten, erlange uns, wie wir deinen Sohn gekreuzigt haben, die Gnade der Tränen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Maria, schmerzhaftes Tod, dein liebster Sohn, mein göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus, hat am Kreuz zu sterben, ihr Abend Sünder sich zur Mutter gegeben. Gestützt auf dieses mein kindliches Anrecht wage ich es, dich an deine übernommene Mutterliebe und Mutterpflicht zu erinnern und dich flehendlich zu bitten, als eine wahre und milde Mutter mir in allen meinen Nöten und Anliegen besonders aber in diesem meiner gegenwärtigen Bedrängnis kräftig beizustehen. Lass dieselbe sich wende zur Ehre Gottes, zu deiner Verherrlichung und zum Heile meiner armen Seele. Amen. Wir bitten dich, O Herr Jesus Christus, es möge die seligste Jungfrau Maria, deine Mutter, deren heiligste Seele in der Stunde deines Leidens, das Schwert des Schmerzes durchbrot, jetzt und in der Stunde unseres Todes, unsere Fürsprecherin bei deiner Mülltätigkeit sein. Amen. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden und führe uns nicht in Versuch, sondern erlöse uns von dem Übel an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebranadeit unter den Frauen und Gebranadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesen, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Vergib den armen Seelern in die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte Ihnen. Herr, lass sie ruhen im Frieden. Amen.